ARD Text im Auftrag von Funk Ah, hast du's also gefunden? Ja, wenn's dir ein bisschen besser geht. Danke. Es geht mir jetzt wirklich sogar ein bisschen besser. Server Lost Connection. Such's bitte nochmal. Luke kam auch rein. Ich glaub das sind Stahlbände, kann man die kaputt machen mit der Hand? Ich glaub schon, aber es wird ewig dauern. Herausforderung angenommen, ich will da rein. Wow, wirklich! Du siehst aus wie die eine aus, ähm, Kopfüber, diesem Film. You need some milk, some milk! Du klingst, du klingst so richtig wie aus so einem alten Gameboy-Spiel. Das ist Chara-Face. Nein danke, ich wollte einfach. Entschuldigung, unseren Freund her. Nein, das tust du nicht. So siehst du, da ging das los aus. Traust dich selber nicht, ne? Oh, oh, Mati. Ich trau mich. Ich mach ja schon! Washol! Achoo, ich hab's geschafft Bitch!! Ich komm einfach nach ich hab den Schläger extremst ignoriert! Toll, willst du mich nicht rauskommen?! Verdammt, 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 verdammt! Ahaaa da kam einfach einer. Ok, das heißt du wirst sterben. Oh, das stimmt! Du standest gerade so bei mir! So? Ja! Alles! Hey, mein Name ist Toni, bado de Baroni! Oh, ja! Und... Mein Name ist Toni, bado de Baroni! In the 90-Town! Hey, wozu gar sind Scars hier? Nein! Nein, Scars! Aus, Scars! Hier sieht irgendwie alles gleich aus! Hast du irgendwas zum Verbinden? Ja, ja, ja! Ach, schnitt! Ich trau mir mit Sekunde! Ich trau mir mit der Captain Sega! Was? Das Gegner mit der Captain Sega? Spieler! Ja! Sicher, dass es nicht ich bin? Ja, schwarz! Lauf! Das Ding ist 3 Cent wert, scheiße! Der Bruder! Ja, der auch, aber... Oh, direkt ein Backpack! Backpack, Rucksack! Was ich ja gerade sage, Shut the fuck up! Okay... Geht rein, Kinderts mit Minecraft! Wusstest du eigentlich, dass bei dem... ...Polizei-Schlagstöcken so ein komisches Zeug drüber ist, damit keine Bakterien dran bleiben, wenn du drüber wirst? Nein! Jetzt weißt du's! Sehr schön! Ich hab mal in Wuppertal gespielt, da hat einer reingerufen, damit's besser flutscht! Fahren sie nie nach Wuppertal, aber das ist egal! Naja, ich lass ihn nicht die Zombies fressen! Meinst du lässt ihn die Zombies fressen? Ich, du weißt wie es meine! Hermias, ein bisschen Deppen! Nun passt du aber einen Minuspunkt bei Sozial! Weiß du, wie scheiße ich an das ist! Au le i Shien, super. Wenigstens regnet es nicht! wirklich er hat mir kappen bringen wasser jetzt werde ich gar nicht Ich hab ein Hammer! Ich hab einen Schuss! Wow! Bitch, was ist denn jetzt? Das macht so Geräusche, wie wenn ich mein Pimmel irgendwo breitklasse! Und man, was ist das? Aber wenn ich jemanden schau. Ja, das ist das. Ich nero! Ich nero! Ich nero! Ich nero! Ich nero! Ich nero!